Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fußball-Journal. Jetzt geht's los, beide Niers von Abdel-Agenic. Sport-UEFA schreibt jetzt die Real Madrid gegen FC Bayern München live. Das Halbfinale-Drückspiel aus Madrid. Der Kommentator ist Oliver Schmidt. Nach dem Schlusspfiff, die Analyse und die Intensiv-Interviews-Modellation, Jochen Breyer. Experte Oliver Kahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nochmal fürs Zuschauen. Ja, danke. Musik Musik